Ich war neun Tage Königin von England, bis ich schließlich enthauptet wurde. Mein Name ist Lady Jane Grey. Das ist meine Geschichte. Ich wurde 1537 in Leicester, England geboren. Durch meine Adern floss königliches Blut. Meine Mutter war die Nichte von König Heinrich VIII. Meine Eltern waren sehr streng. Sie sorgten jedoch dafür, dass ich eine hervorragende Ausbildung genoss, um mich für meine Rolle als zukünftige Braut eines Adligen angemessen vorzubereiten. Ich erlernte verschiedene Sprachen, darunter Griechisch, Latein und Französisch. Meine Erziehung war protestantisch geprägt. Und so wurde ich auch zu einer überzeugten Protestantin. Mit 15 Jahren heiratete ich meinen Mann, Lord Guildford Dudley. Die Heirat wurde von unseren beiden Familien arrangiert und war Teil eines Plans meines Schwiegervaters John Dudley, um unserer Familie die englische Thronfolge zu sichern. Als der König von England, Heinrich VIII. starb, wurde sein Sohn Edward VI. zu seinem Nachfolger. Zu dieser Zeit war mein Schwiegervater der führende Ratgeber des jungen Königs.